Ich war das nicht nach meiner Ehe mit Hans-Joachim. Inwiefern? Mein Mann hat sich jede erdenkliche Mühe gegeben mit dem Kind. Bei allem Respekt, Frau Gräfens, ja. Aber Ihre Tochter wird seit Montagmittag dieser Woche vermisst. Wir haben jeden Grund anzunehmen, dass hier was passiert ist. Dramatische Auftritte sind nun mal Maikes besondere Stärke. Das hat sie von ihrem Vater. Gerade jetzt, wo mein Mann in den Vorstand der Coratabank AG gewählt werden soll. Sie können mit großer Wahrscheinlichkeit davon... ...dramatische Musik ...dramatische Musik ...dramatische Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020